Wir können nicht immer nur schöne Videos gucken, Freunde. Aber ich habe eins, das müssen wir uns angucken. Ihr wisst, wir sind ja ein Kanal des Schreckens. Und hier müssen wir mal reingehen, weil ich bin ganz gespannt. Haben wir einige Leute geschickt, ganz aufgeregt. Ein Video von AVNJ. Ich bin gespannt, worum es geht. Es geht um Fische. Und das ist ja nun mal etwas, womit ich mich ab und zu mal so ein bisschen beschäftige. Das ist im Prinzip wie ich. Der Krokodil in die Kamera hält, nur für die Klickzahlen. Kennt den eigentlich irgendjemand? Also weiß jemand, wer das ist? Weiß jemand, wer dieser YouTuber ist? Weil ihr habt es mir ganz aufgeregt geschickt und ich bin ganz gespannt, was er uns zu erzählen hat. Er deckt offensichtlich irgendeinen Scheiß auf. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist es jemand, der sich einen Scheißdreck darum schert, was im Hintergrund so los ist und eher auf die Informationen geht. Finde ich erstmal grundsätzlich geil. Und deswegen bin ich unseriös, weil ich das immer live mache und einfach meine Meinung ungefiltert raushaue. Ich bin nicht so klug wie Alicia zum Beispiel, die ja immer schöne Videos vorbereitet und mit einem Skript arbeitet. Vielleicht muss ich das in der Zukunft auch mal machen. Aber dann kriege ich keine bösen Kommentare mehr und ich erziehe meine Energie aus bösen Kommentaren. Also von... Ne, komm, scheiß drauf. Und ich will nicht live sein und sagen etwas, das mein Punkt mutiert oder etwas von der Art. Also ich werde einfach mit der Kamera sprechen, über was ich denke und dann lasse ich es später, wenn ich dieses Video editieren werde. Also, wenn ihr euch nicht kennt, mein Name ist Avian Jay oder Zach. Ich bin ein Fischbiologer, ein Ichthiologer. Haben wir auch gelernt, wie das heißt. Ein Ich-Theologe, das ist das, was mir mein Opa schon immer erzählt hat als Kind, das, was ich später mal werden sollte. Ein Ich-Theologe. Das fand ich damals schon immer einen coolen Begriff. Und heute kann ich sagen, hallo, mein Name ist Robert Mark Limmann. Ich-Theologe. Klingt doch geil, oder was? Da weiß erst mal die Hälfte der Menschheit vermutlich nicht, was los ist. Und dann sagen die zu dir, ja, ich habe da was am Rücken. Können Sie mal gucken? I work with fish. Mainly, what I've done throughout my time working with fish is medicinal stuff. So parasitism, disease prevention and treatment. And so I've done, you know, a couple dozen surgeries on fish. Ah, surgeries on fish. Geil. Habe ich früher auch performt. Als Aquarienleiter haben wir immer mal wieder Fische operiert. Von bis, ne? Also ich sage jetzt mal, angefangen von kleinen Dingen, dass ich, wenn ich Fische in größeren Tiefen gefangen habe, sie mit einer Kanüle entlüftet habe. Ziemlich brutal. Einige der Fische sind damals auch gestorben. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, Fische haben eine Schwimmblase, die ist gefüllt mit Sauerstoff. Es ist wirklich keine Luft drin, sondern wirklich Sauerstoff, der aus der Blutbahn in die Schwimmblase abgeleitet wird und die Schwimmblase befüllt. Zumindest bei den meisten Fischen. Es gibt auch Ausnahmen. Und wenn du die zu schnell hochholst, dehnt sich ja dieses Gas, was in der Schwimmblase ist, aus. Und der Magen und sowas alles kommt bei Fischen raus und dann liegen die auf der Seite. Und das ist alles scheiße, weil das drückt auf die Organe, die Augen kommen raus und so weiter. Und manchmal strömt das Gas auch in den Bauchraum, die Fische quellen auf und können sich nicht richtig bewegen. Und dann musst du, habe ich von den Norwegern gelernt, mit einer großen Kanüle die Fische entlüften an einer bestimmten Stelle. Ich habe natürlich nicht immer das Richtige getroffen und habe viele Fische dabei auch umgebracht. Wir haben aber zum Beispiel auch bei Rochen und bei Haien, die entzündete Klaspern hatten, das heißt Geschlechtsorgane, sie mit Nelkenöl betäubt, Schlauch in den Rachen durchspült, dass die Kiemen durchlüftet werden und haben die Organe abgeschnitten und vernäht. Also auch sowas haben wir früher gemacht. Also Fischoperationen finden permanent in Aquarien, auch nicht permanent, aber findet immer mal wieder statt, geht auch immer mal wieder schief. Einer der besten Jobs, die du als Tierärzt machen kannst, ist Keutierarzt, weil da verdienst du richtig viel Geld. Das ist wie ein Pferdezahnarzt, Pferdetierzahnarzt, also ein Tierarzt, der sich bei den Pferden um die Zähne kümmert. Das sind auch Menschen, die richtig Kohle machen. Finde ich ganz einen spannenden Job, gibt es nicht so viele von. Und auch von den Falkentierärzten nicht und von den Koi-Tierärzten nicht, die immer wieder Fische operieren. Was ich krass finde, einen Fisch zu operieren, finde ich abgefahren. Und ich habe schon einige Videos auf YouTube gesehen. Ich wollte da auch mal was drüber machen, über die Löwenköpfe und so einen Typ, der die immer wieder operiert. Ich bin gespannt, um wen es geht. Das, äh, dünnes Eis, wieso dünnes Eis? Wo, wo habe ich, ist es vegan? Der YouTuber, den du gerade schaust, hat ein Video gemacht, wo er die Existenz von Megalodon widerlegt. Ist nicht euer Scheißernst. Also die Existenz von Megalodon kannst du ja schon mal gar nicht widerlegen. Es ist, sind die Zähne doch vom Drachen oder was? Na, muss ich mal reingehen, ne? Schreibt mir hier komische Sachen, alles klar. I know what they look like, and I know what proper care of Fisch looks like. And there is a YouTuber who goes by the name of Zach Ketchumall, who is doing these treatments or surgeries in extremely inhumane ways that are causing direct pain to the animals. They don't follow proper protocol. It's not just Fisch. This guy just has a history of abusing the animals on his channel. But because the people who are watching him don't know better, he gets a lot of compliments. And he words it like he's helping, you know, the animal. And so a lot of people are like, oh wow, such a great person for helping the animal. When in reality, as someone who's an expert on the topic, at least on the Fisch-Section of it, I can tell you that he is not helping these animals. Spannend. Okay, das ist natürlich genau mein Thema. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Klingt erstmal gut, dass er darüber aufklärt. Ich bin sehr gespannt. In Grayscale, who I'm friends with, pointed this out to me for the first time. And I asked them to just collect me some evidence that I could talk about it. Because, you guys know, we make fun of, you know, crappy Megalodon-Videos. Wer macht denn Spaß über crappy Megalodon-Videos? Haha, geil! Das finde ich gut. Das scheint ein cooler Typ zu sein. Gefällt mir sehr. Okay, okay. Sofort sympathisch geworden. Und das in Minute, noch nicht mal zwei. Cool. ...and stuff like that a lot, right? And misinforming children, as bad as it is, is one thing. Und das ist auch, warum es Mission Erde auch auf YouTube gibt. Misinforming children, also Kinder miss zu informieren. Nein, machen wir nicht. Wir machen genau das Gegenteil. Und wir sorgen dafür, dass es hier nur hervorragende Informationen gibt. Geiler Typ, alles klar. Dann müssen wir uns von dem echt offensichtlich mehr angucken. Finde ich gut bis jetzt. Sehr, sehr schön. But literally showing people, millions of subscribers, by the way, animal abuse, and framing it as helping the animals, I think is another level of gross. I mean, you're not just misinforming, you're not just providing false evidence or just, you know, looking into very ridiculous claims. You are directly and hopefully not knowingly, but possibly knowingly, misinforming people into potential animal abuse. I'm not doing anything speculative. I'm not going to show more than 10 seconds of video. I am not risking any retaliation on the part of this YouTuber. Man riskiert, wenn man so etwas tut. Und ich spreche hier aus Erfahrung von, wie viele Videos haben wir mittlerweile gemacht? Keine Ahnung, über 150 oder so. Retaliation is part of the game. Du kriegst, wenn du anderen Leuten ans Bein pisst, weil du sie kritisierst, oder nicht mal die Leute, sondern nur ihre Handlung, kommt der Backlash. In Form von Kommentaren, Drohungen oder auch anderen Dingen. Und das ist manchmal ermüdend. Aber wir lieben es auch. Wir pissen Leute gerne ans Bein und besonders Menschen, die Tiere misshandeln. Das geht nicht. Ich werde auch immer mit PETA verglichen. People for Ethical Treatment of Animals. Meistens aus der Catch-and-least-Szene. Lehmann, die PETA. Ja, es sind... Also, wie kann man Menschen beleidigen, die sich für den ethischen Umgang mit Tieren einsetzen? Jeder, der PETA beleidigt. Man muss die ja nicht gut finden. Ich finde auch nicht alles gut, was sie machen. Aber jeder, der Menschen beleidigt, die sich für das Recht, also Tierrechtsaktivisten, die sich für das Recht von Tieren einsetzen, ist ein totaler Dummkopf. Weil, ihr wisst, ein kluger Mensch hat mal gesagt, man kennt den Wert einer Gesellschaft, den Status einer Gesellschaft daran, wie sie ihre Tiere behandeln. Wenn man sie scheiße behandelt, wie Catch-and-Release-Angler oder Menschen, die 1,29 Aldi-Steak essen, dann ist man dumm. Und wenn man die PETA ist, die PETA, und sich für Tierrechte einsetzt, dass die nicht in Laboren gequält werden, dass sie nicht zu Tode gequält werden als Nahrung und so weiter, oder in Zoos misshandelt werden, dann ist man klug. Es ist eigentlich alles ganz einfach. Also ist das für mich kein Schimpfwort. Der, der von der PETA ist. So, ich habe mit PETA überhaupt nichts zu tun. Aber übrigens haben alle Catch-and-Release-Angler härtesten Beef mit PETA. Grüße gehen raus, Georginator. Same here. ...Actions, hunting is fine, but I am well-versed, well-well-versed in what is humane and what is inhumane treatment of animals, because I've been working in that industry for a while. So, the name of the channel is Catch-em-All Fishing. This guy essentially does all sorts of fishing videos. You can see he does cooking, actual fishing, catching, but a lot of the things that he does, or, you know, somewhat frequently, are more along the lines of helping animals. So, they're not just catching the fish and finding rare fish, they're trying to help them. So, one of them here in this video, brushing my pet fish's teeth, which is certainly an interesting concept. Warum sollte man Fischen die Zähne putzen? Das ist ja schon mal totaler Quatsch. Was ist denn da los? Fish with cancer, life-saving surgery. How we saved the life of our, you know, a monster fish. Things like that, where there's an implication. Alter, härteste Klickzahlen? Na gut, die letzten Dinger nicht mehr so. Aber davor, also macht Patte mit Fischen. Ich bin mal gespannt. Beyond just fishing, this person is doing things that are helping the fish, are making them better. Things like that, which have gotten him a somewhat positive reputation. But when you look a little deeper at what he's actually doing, it's quite gross. So, we're going to start with the brushing your wild-caught fish's teeth, because to me this is wild. So, starting off, he is catching a knife fish. Because I know it looks silly. Da werde ich in Sekunde 1 schon komplett wütend. Völliger Schwachsinn. Alter Schwede, ich bin mal gespannt, was er jetzt sagt. But... Es ist übrigens ein Messerfisch, ne? Auf Deutsch. Ihr habt ja bestimmt mitgekriegt gerade. I'm just gonna make sure that there's nothing sticking on them. Bist du behindert, oder was? Alter! Ja, Entschuldigung, behindert ist kein Schimpfwort, das nehme ich zurück. Bist du beschissen, oder was? ...and for that, it's because it is ridiculous. Things like Parasites that will latch on to a fish, will latch on to the fish. It would be a pretty bad Parasite if it could be scrubbed off with just a little toothbrush. Nothing you do with a toothbrush is going to cause a Parasite to fall off of the fish. If you guys have ever been bitten by a tick, if you've ever had a tick in you, when a tick is biting you, is in you, half of its body is, you know, submerged in your skin. You can't just take a toothbrush. It takes like tweezers and you have to pull out and destroy skin. Ich mach der Biene immer Zecken raus, Zeckenzange, drunter fahren, drehen, raus, ja. Guter Punkt. It's a whole process. The point is, if Parasites were so bad at latching on, that they would just fall out, when they got brushed by a toothbrush, they wouldn't be so good at surviving. Und Fische haben wirklich viele Parasiten. Also von der Fischlaus bis zum Egel ist da alles dabei. Und die hängen wirklich deutlich dran. Ja, okay, okay, okay. Fischen, die Zähneputzen, alter, was für ein Quatsch. This toothbrushing method is not doing anything. It's likely just irritating the skin within the mouth. That's a sensitive part of the fish. Yeah. It's a weird thing to do and claim is helping in some way. It's not. This is not how you remove Parasites. There are way to remove Parasites. You know, temperature differences, salinity differences, things that fish can tolerate. Machen Fische auch von sich alleine, um Parasiten loszuwerden. Es gibt ganz, ganz viele Meeresfische, die in Flussmündung schwimmen oder im Süßgewässer dort einige Zeit verbringen, solange sie es eben aushalten, weil das ist für den Körper schon enormer Stress. Aber für die Parasiten noch mehr und die werden sie dann dadurch los. Es gibt Cleaning Stations, wo den Fischen Parasiten weggenommen werden. Also es gibt variabelste Dinge, wie man Parasiten an Fischen loswird. Aber Zähneputzen ist keine davon. Parasites are too small to adjust to. All work very well in a quarantine system. Brushing their teeth does not really work very well and is just going to irritate them more than anything. Okay, so next up we've got this video, where he buys all of the Betta Fish from a pet store. Betta Fish. Betta Fish, Kampfische, ne? Kennt ihr auch, die immer in kleinen Gläsern gehalten werden meistens oder in einer kleinen Plastikschale kommen oder im Schlüsselanhänger. Da könnte ich kotzen. Ach, ja. Mal in meinen Highlights gucken aus Vietnam in den Instagram-Stories. Katastrophe. Siamese Fighting Fish are quite aggressive with each other. Although people will say that, you know, females are not aggressive and you can keep females together. And that's sometimes true. In general Betta Fish are quite aggressive. And the majority of the ones you'll see. Ja, die Weibchen nicht. Die Männer sind wirklich, bringst du zwei Männer zusammen, kämpfen sie so lange, bis einer tot ist oder komplett kaputt am Boden hängt. Schrecklich, dass man die auch gegeneinander kämpfen lässt. Kampffisch-Kämpfe. Stores are going to be males, because those are the more colorful, pretty ones that kids want, right? And you'll get in the little cups. And so he goes to the fish store, he buys all of the Betta Fish and then releases them into the pond and calls it a Game of Thrones-type duel. Ja, verdammte Scheiße. Talks about which clan he thinks is going to survive the duel. Things like that, which basically indicate that he knows that he is putting all of these fish in here to fight each other to the death. Which, while not the worst thing anyone has done, seems irresponsible. Und die Scheiße ist ja, in einem Teich oder Aquarium können sich ja Kampffischmenschen nicht aus dem Weg gehen. Das heißt, in einem confined space, in so einem beschränkten Platz, ist das für die Fische unmöglich und sie werden bis zum Tode kämpfen. In der freien Natur, auf Reisfeldern oder was weiß ich, wo die leben, können sie sich aus dem Weg gehen und das ist gut. To present to your audience as a cool and good thing that you're doing, especially when, as he walks through the fish store, he talks about how he's saving all of these fish, just to then put them into a pond where they will all fight to the death and likely none of them will survive. Okay, so this video is a crazy one. Axolotl survives inside the blob catfish. Basically in this video, he goes around and feeds his Axolotls to various animals around his house, like catfish and frogs and things like that, and attempts to... Warum fütterst du eine bedrohte Tierart und Axolotl sind vom Aussterben bedroht an andere Tiere, die du mit anderen Dingen füttern könntest? Was ist das für ein Quatsch? Have his Axolotl get eaten. Axolotls, by the way, are an endangered species or vulnerable species, are protected by the law. You are not allowed to kill them or cause them any harm and there's like a hundred thousand dollar fine for doing so. Übrigens auch in Deutschland, du darfst das Tier nicht quälen, du musst es adäquat halten. Ich sage immer wieder, ich könnte 95% der Aquaristen müssten eigentlich verurteilt werden, weil sie die Tiere falsch halten. Und genauso kannst du keinen Axolotl an andere Tiere verfüttern. Nein. So it's absolutely insane to me, that this guy is just taking these animals, killing them, I mean injuring them, maiming them, killing them. Und das öffentlich auf YouTube. YouTube, wir müssen echt mal reden. Das ist... So eine Dinge gehen nicht. Und besonders Menschen mit hier 3,1 Millionen Followern, das machen Kinder nach. Das gucken viele Menschen, die denken dann, das ist okay, weil es ist ja noch auf YouTube, dann muss es ja okay sein. So was muss geändert werden. Was ist das für ein Quatsch? Dafür sind wir ja da, um genau sowas anzubringen. Finde ich übrigens richtig gut, dass er das alles so exposed. Mag ich sehr. Finde ich gut, den Typ. Ich sag nicht, die Aquaristen-Szene ist scheiße oder die Catch-and-Release-Szene ist scheiße. Aber da gibt es schon eine Menge Leute, wo man sagt, ihr hättet euch noch eine Scheibe mehr vom Gehirn abschneiden sollen. This is just an insane clip. He is feeding an endangered species to a catfish. Nein. And he says that if the catfish eats it, that that must mean that it is safe for him to eat. And promises to catch and cook this endangered species in a future video if his catfish eats it. Which has so many mental loopholes and things wrong with it that I don't even think that I need to go there. Now you could chop these guys legs off and... Bitte nicht! Ja, das ist eine Information, die da draußen herrscht. Und das ist ja auch richtig. Dem Axolotl könnte man ein Bein abschneiden und es wachsen neue nach. Einer der wenigen Tiere, bei denen das funktioniert. Einer der wenigen Wirbeltiere. Deswegen ist er für die Zukunft und für die Forschung und die Regeneration von Organen und so, ist er super, super spannend und extrem interessant. Der Axolotl ist sowieso ein ultrageiles Tier. Nicht im aquaristischen Bereich, sondern in der freien Natur. Wo es den ja kaum noch gibt, leider. Aber hat er denn jetzt... Bitte jetzt... Bitte jetzt... Bitte jetzt kein Scheißdreck. Komm. Halt auf und dann wird alles wieder growt. Hier ist er. Aber du musst auf den Sausen gehen. Und es ist eine Sausen-Motion. Nicht wie ein clean-cut. Wie, du musst auf den Sausen gehen. Otherwise, es wird nicht durch die Kugeln. Nein. Nein, 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 nein. Das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht. Echt jetzt? Das hat er doch nicht gemacht. Dafür kannst du in den Knast kommen. Also das ist eine strafbare Handlung an einem Wirbeltier, die verboten ist vor dem Tierschutzgesetz, ob in den USA oder in Deutschland. Dafür kannst du in den Knast kommen. Das wäre dasselbe Urteil, als würdest du einem Hund oder einer Katze das Bein abschneiden. Alter! Und seine Idee, die Grund, dass er gesagt hat, dass das umgekehrt war und dass das okay war, dass das umgekehrt war. Nein! Was? Wieso? Was? Wieso ist der Typ noch auf YouTube, Alter? Es ist, dass eine der Fußgaben des Axolotls nicht richtig großartig 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 ist. Und diese Fußgabe nicht großartig großartig großartig, speziell weil der Axolotl stundet. Es wurde in einem schrecklichen Umfeld gehalten. Und deshalb war der Axolotl nicht richtig großartig großartig großartig. Und seine Lösung, um das Tier zu helfen, das er das Zuge des Zuge, und in dieser schrecklichen Situation, ist, seine Läge auszutreten, damit sie wieder besser werden, weil Axolotls regenerieren können. Das ist verrückt. Es gibt keine Anästhetik, sie benutzen einfach nur ein Kuchenknife, um die vier Dinge auszutreten. Und es ist ein Wirbeltier, es empfindet Schmerzen, nachgewiesen, ähnlich dem Menschen. Es ist verboten. Wieso sind solche Leute noch auf YouTube, alter? Wie dumm ist die Freundin, bitte? Das ist ein guter Punkt von Greyscale. Er benutzt Stresscoat, das Ding, was du am Anfang sahst, er hat den ganzen Fisch in Stresscoat, das ist der Nummer eins aktive Ingedient, das ist Aloe Vera, das ist toxisch für Axolotl. Manchmal fragt man sich, wieso YouTube, bitte, wieso? Mit welcher Begründung? Weil es super viele Klicks generiert, aber zu welchem Preis? Und wehe, ich lese auch nur einen einzigen Kommentar, ja, aber man macht mit Schweinen oder mit Kühen das und das. Darum geht es nicht. Kein Whataboutism. Das hier ist eine Straftat. Punkt. Aber das ist wieder. Es gibt eine klare Werteilung darüber, was passiert mit seinen Anmeln. Also, hier ist noch eine verrückte Idee. Ich kenne diese verdammt Videos. Hier ist der Name der Fisch mit Cancer. Auf Minimoo auf Minimoo. Und das ist der einzige von seinen Videos, die ich gesehen habe, bekommen negativ Feedback. Es gibt eigentlich mehrere Leute, die darüber sprechen, dass er das falsch ist. Dieser Fisch hat keine Cancer, hat keine Tumor. Er hat sehr klar, dass es Dropsy ist. Bauchwassersucht über das gleiche, ja. Kann man aber bewaren. Korrekt. Sehr geil. Sehr geil erklärt, top. Jeder, der mit Fisch in irgendeinem medizinischen Sinne arbeitete, sollte sehr schnell den Dropsy erkennen können. Aber er nennt es Tumor, er nennt es Cancer. Und er machte eine Surgery auf diesen Fisch. Was für ein Mother... Acker. ...quarantiert und gebraucht. Ja. Und er hat auch keine Anästhetik. Also, es gibt eine Debatte, ob Fische Schmerzen spüren oder nicht. Diese Debatte ist nicht da. Sie spüren Schmerzen. Punkt. Aus. Ende. Aber es ist ziemlich inconclusive. Und für den meisten Teil, wir sind sehr sicher, dass die largeren Fisch, die, die mehr intelligenten, mehr developeden Fisch fühlen. Ja. So, doing a Surgery without Anästhetik is absolutely insane. Ja. Ich bin, ihr literally cutt in zu dem alive. Ich weiß nicht was zu sagen, warum das nicht so unabhängig ist und nicht so, dass es nicht so, dass es nicht. Es ist nicht. Es ist nicht. Wenn du nicht anästhetik, oder ein Fisch für ein Fisch für ein Fisch für ein Fisch für ein Fisch ist, es ist einfach nicht so, dass es nicht anästhetik, sondern anästhetik, zu einem Fisch für ein Fisch, zu einem Tumor-Removal-Surgerieren, an einem Fisch, das einfach nur eine Dropsy hat. Und dann auch die Fisch für ein Fisch. Das ist wahrscheinlich, für mich an das, der Pumente der Ziprömer ist ein Fisch. Und da bin ich crushed, ganz gut auf mich. Ich verstehe, viele glauben die Dinge, aber sie sind so dumm. Wir haben eine Fisch, um eine Fisch für ein Fisch im Pumbringhaller zuängen, und er findet einem Video von einem Barsch haben, gemeinsam mit der Karte. Er hat einen Fisch verschlägt, dieses Spiel hat eine Fisch zu sagen, und das hat eine Fisch für die Fisch brühe zu helfen. So die Fisch für das Fisch brühe nicht. Das war es der Fisch vorliegen. Aber dieses Fisch gegen den Fisch bühen. Wüseyz auf, Hey, die gehören zu meinen Lieblingsfischen. Hör mal auf jetzt, ey. Aber in den USA sind Karpfen tatsächlich ein Riesenproblem und wir können mal ein Video machen über die Silberkarpfen in den USA. Da werdet ihr da durchdrehen. Unfassbar krass. Unfassbar krass. Invasive Species kommen eigentlich aus Asien, sind auch bei uns nicht heimisch. Die Karpfen gehören trotzdem, waren ja meine Lieblingsfische beim Angeln früher. Nicht umbringen, aber dort, ja, ich kann das verstehen. Und da kommt der ganz schwierige Punkt, wo man als Umwelt, Natur und Tierschützer andere Tiere töten müsste, um einen kompletten Lebensraum und viele, viele tausend Arten zu retten. Ist ganz schön krass. Ist ein krasses Video, das müssen wir echt mal machen. Und der Karpfen ist einer der schlimmsten invasiven Spezies der Welt. Nach Katzen, Opossums, Ratten und dann kommt schon der Karpfen. Ei, ei, ei. Aber wenn du den Karpfen helfen willst, dann solltest du es wahrscheinlich korrekt machen. Essentiell, was er macht, ist er sagt, dass der Karpfen etwas falsch ist mit seiner Schwimmblader. Er legt seinen ganzen Finger in den Karpfen anus und dann... Naja, der Karpfen hat schon keinen Anus. Der hat eine Kloake. Ich bin gerade echt fassungslos. Ich finde das so krass. Ich kann das gar nicht glauben. Er legt einen Kuchenknopf, legt ihn in den Karpfen anus und legt den Schwimmblader. Man bringe mich mit diesem Mann zusammen. Der Schwimmblader, wenn du das nicht weißt, ist ein Organ, das Gas hat, um den Karpfen zu ermöglichen. Und manchmal wird es ein Disorder des Schwimmblader, um ein paar Gründe zu erzeugen, das kann den Karpfen nicht auf dem Wasser verbunden sein, nicht auf der Karpfen zu erzeugen, nicht auf der Karpfen zu erzeugen. Und so was er macht, ist er ein Karpfen in den Schwimmblader und die Schwimmblader. Das ist nicht eine Lösung. Ich meine, es ist absolut verrückt. Ich weiß nicht, wie ich es kümmern kann. Es ist wie, meine Lungen wurden überfüllt mit Oxygen, also ich stehe ein Knopf in den Karpfen und lege meine Lungen. Okay, gut, sie sind nicht überfüllt mit Oxygen, aber sie funktionieren nicht. Dieses Fisch wird nicht richtig schwimmen. Dieses Fisch wird nicht überhaupt die Bühne zu erzeugen. Und dann lässt er den Fisch gehen. Du solltest ihn einfach schwimmen, direkt nach unten. Dieser Fisch spürt Schmerzen wie wir. Und man steckt ihm ein Messer, ein Messer in die Analregion und sticht drin die Schwimmblase, die bei diesem Fisch circa, naja, gut 11 Zentimeter mindestens weit weg davon sitzt. Willst du mich eigentlich verarschen, oder was? Kass. Katastrophen. Katastrophen. Hier ist ein verrückter Punkt. Wenn ein Fisch ein Organ hat, die speziell für Bühne zu fliegen, und du das Organ schiebst, damit es nicht mehr fliegen kann, was wird es tun, außer nach unten gehen? Das Problem ist nicht, wenn es nicht nach unten geht. Das Problem ist, wann wird der Fisch wieder zurückkommen. Das Fisch wird sterben. Ich meine, es gibt keine Hilfe. So habe ich übrigens einige Fische umgebracht. In meiner Zeit, wo ich das geübt habe, die Tiefsee, oder die Arten, die ich aus größerer Tiefe heraufgeholt habe, wenn ich mich mit der Kanüle verstochen habe, habe ich auch Schwimmblasen tatsächlich punktiert und damit den Fisch geopfert. Aber das war noch aus einer Zeit, wo ich das nicht mit Absicht, einfach aus Unwissenheit und Dummheit gemacht habe. Und auch, wenn es dann wieder Kommentare gibt, ja, du kritisierst dir das, was du früher selber gemacht hast. Ja, aus dem Grund, dass ich mich weiterentwickelt habe und mir Wissen angeeignet habe und mich selbst hinterfragt habe. Und irgendwann auf den, das ist genau wie wenn du zu einem Veganer sagst, der früher Fleisch gegessen hat, der ist früher selber Fleisch gegessen. Ja, aber jetzt nicht mehr. Weiterentwickeln, zum Positiven hin, ist immer eine gute Entscheidung. Sich Wissen aneignen, sich selbst zu hinterfragen, ist extrem wichtig. Und diesen Mann, also erstmal höchsten Respekt hier für den Meister, den finde ich wirklich toll und sehr kompetent. Und der andere ist einfach ein Arschloch. Wahnsinn, krass. Ja, ey, das gucken 300.000 Leute. Das haben dreieinhalb Millionen Leute abonniert. Die nehmen sich das als Beispiel, machen die Scheiße nach. Das kann doch nicht wahr sein. Unfassbar. Und auch hier, der muss das ja nicht böse meinen, der liebt sicherlich Fische und so weiter. Aber er ist einfach ein Dummkopf. Ey, das muss von YouTube verschwinden, das geht nicht. Dafür müssen wir sorgen. Melden, 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 kommentieren, 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 reingehen. Solche Leute, das muss aufhören. Das ist totaler Schwachsinn. Also dieses Tier, das Animal Abusing, das Tiere quälen auf YouTube, das geht mir richtig gegen den Strich, ey. Und das gibt es ja in so mannigfaltiger Art und Weise. Das kotzt mich richtig hart an. Denkt aber bitte dran, dass wir als Community sachlich, höflich, aber informierend reingehen. Und das versuchen, in die richtige Richtung umzuswitchen. Dass diese Leute, also die Informationsverweigerer, vielleicht mal irgendwann auf den richtigen Trichter kommen. So wie ich früher. Ich warne ja nass. Gut, ich habe keinem Karpfen ein Messer in den Arsch gejagt. They provide absolutely nothing to the animal other than harm. And he's presenting it as fact, he's presenting it as help. Ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Wahrheit, Meinung und Fakten. Das ist ein ganz kompliziertes System, was so seit drei, vier, fünf Jahren die Gewichtung verloren hat. Heute hinterfragt man Wissenschaftler und meint mit seiner eigenen Meinung, dasselbe Gewicht an validen Fakten zu haben wie ein Wissenschaftler. Und das ist eben einfach nicht so. Man hat nicht als Mensch, der nur eine Meinung sich gebildet hat, aufgrund von was auch immer, dasselbe Gewicht an Fakten wie ein Wissenschaftler, der sich jahrelang damit beschäftigt hat. Mein Kumpel Malte merkt das ja gerade auf seinem Kanal. Malte ist Muskelforscher. Der hat sich 15 Jahre, der hat seine Forschung, seine Diplom und seine Doktorarbeit über Muskelzellen geschrieben. Und ist in diesem Bereich ein absoluter Experte. Hat geforscht, Paper veröffentlicht. Und trotzdem kommen irgendwelche YouTube-Spinner und schreiben drunter, du hast keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Und ich frage mich immer, wann sich das gedreht hat und wann das gekippt ist, dass man das nicht mehr versteht. Das interessiert mich. Das finde ich wirklich, wirklich bedenklich. Das finde ich katastrophal. Und dass das hier noch auf YouTube ist, YouTube, kriegst du eine Abmahnung von mir. Das hier ist Quatsch. Und die sind einfach darüber, wenn es wichtig ist, dass das Geist anzuregenwie ist. Oh my God, danke, Zac. For showing us. Thank you for teaching us. Thank you for, you're such a good person for doing this thing. People genuinely believe. Because why wouldn't they? It's fair enough. People who are naive on the internet believe whatever they're told. And if you're told that this, you know, popping the swim bladder is going to help the fish swim better, and then you watch the fish swim into the deeper water, it's like, okay, fine. They've done a great job. Good job, Zac. Oh, wir haben es verstanden. Das ist so krass, dass derjenige, der es anprangert und der Recht hat, der auf der Seite des Gesetzes steht, er hat die Gesetze nicht gemacht, er hat nicht herausgefunden, dass Fische Schmerzen empfinden, er hat nicht herausgefunden, dass man so Fische nicht behandelt. Er sagt nur die Wahrheit, dass der derjenige ist, der am Ende diffamiert wird, das finde ich so absurd. Das passiert mir ja auch immer wieder, dass irgendwelche Spinner ankommen und sagen, das sei alles nicht so und das sei gelogen und Fische spüren keine Schmerzen und die ganze Scheiße und so sind gut und die ganzen Mist, obwohl die Fakten eine andere Sprache sprechen. Es gibt so vielen Themen, habe ich eine Meinung, aber bei einigen Themen, da habe ich mich 20 Jahre mit beschäftigt und genau wie er, dann sollte man auf die Experten wie ihn hören. Ich finde, das zweifle ich gar nicht an, das ist ja alles nachvollziehbar. Trotzdem gibt es Menschen, die Fakten und Wissen absichtlich ignorieren. Das kotzt einen echt an. Unfassbar. Geiler Typ hier. Gut gesagt. Und ihr dürft eins nicht vergessen, das machen wir hier alles nicht, um zu sagen, ihr seid aber blöd und ihr Arsch und ihr Dummköpfe. Gut, ich habe Arsch gesagt. Aber es ist eigentlich eher, um darauf hinzuweisen, ey, das ist einfach Quatsch, was ihr tut und das sollte man lieber anders machen. Wir wollen bilden. Ich war ja früher auch ein Volltrottel. Ich sage das immer und immer wieder. Ich habe ja früher, war ich derjenige, der so einen Quatsch gemacht hat, aber irgendwann wird man halt klüger. Aber jetzt mal ganz, ganz im Ernst hier. Das fand ich sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Gucken, ob der auf Insta ist. Scheint ein echt geiler Typ zu sein. Da müssen wir uns mal ein bisschen was angucken. Gutes Video. Geil gemacht. Aber Zusammenfassung. YouTube, du kriegst heute von mir eine Abmahnung. So eine Scheiße. YouTube, du kriegst heute von mir eine Abmahnung. Das ist einfach Quatsch, dass solche Videos im Internet sind. Ich finde gut, dass AVNJ hier gemacht hat. Finde ich super. Das gefällt mir sehr. Auch wenn es ein schlimmes Video war, man kann diese Dinge verändern. Das dürft ihr nie vergessen. Die Macht einer großen Community, die an Tier- und Umweltschutz interessiert ist, die ist groß. Niemand hätte gedacht, dass Stop Finning realisiert wird. Ihr habt es geschafft. Niemand hätte gedacht, dass hunderttausende Quadratmeter Regenwald gerettet werden. Ihr habt es geschafft. Niemand hätte je gedacht, Katja Grasawitz, das Video wird geändert und keine Hasen mehr gequält. Ihr habt es geschafft. Denkt immer daran, lasst euch nicht entmutigen. Mission Erde. Prost.